Was ist noch ein bisschen? Sieger aus der technischen Überlegenheit. Als nächstes geht auf die Mathe. Ein unterteils Chirurgam, Friedrich Rögel, Ralf Kirchner, Falschkeitschwirtschaft und Manu Karelli, Main 808. Das ist nur für den Ralf Kirchner, für den Ralf Kirchner, und nachher der Kampf Weingarten gegen Schiffernfahrt wieder zu filmen, dass der Kampf übertragen wird wieder für den Ralf Kirchner. Also einfach allgemein gewinnen. Sieger, Ardolf Röhringer, Falschkeitschwirtschaft. Vielen Dank. Applaus Als nächstes. Der Ralf Kirchner ist 57 Kilogramm griechisch-römisch. Falschkeitschwirtschaft. Ramon Karelli. Heißdorf, Main 808. Ralf Kirchner. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.